Mrs. Drummond Watt, Rose, willkommen in unserem Hotel Portofino. Ein wirklich englisches Hotel an der italienischen Riviera. Wie unendlich charmant. Wie kommt eine englische Familie dazu hier zu leben? Ein Neuanfang, ein Abenteuer nach dem Krieg. Bitte beantworten Sie alle Fragen, die die Gäste an Sie richten. Denk immer daran, einen Eindruck machen. Wie finden Sie Ihr Zimmer? Ein wenig kleiner, als wir es gewohnt sind. Dieser Heer ist nicht wie andere Braten, die ich zubereitet habe. Es ist Rindfleisch. Völlig ungenießbar. Ja, italienisches Rindfleisch. Eine wunderbare Aussicht. Die zwei sind ein hübsches Paar. Es kommt nur darauf an, ob du und Rose glaubt, ihr könntet glücklich werden. Die 6000 Hektar erstklassiges Ackerland ihres Vaters sind das, was zählt. Es könnte eine einfache Lösung für alles gefunden werden. Was ist falsch daran, wenn man sich nicht bei jemandem verschulden möchte? Vergiss deinen verdammten Stolz, Bella. Excuse, Signore. Vincenzo D'Agnoni steht zu den Diensten. Er ist ein Faschist, Sasser. Was? Wir wollten uns aus der hiesigen Politik heraushalten. Es wäre klug von Ihnen, ihn zu tolerieren. Was genau ist es, das Sie von mir wollen? Das, was wir alle wollen, Signora Hemsworth. Wir sollten nicht so tun, als wäre Liebe stärker als sein Vermögen, was die Partnerwahl angeht. Willi, was ist geschehen? Ist das lebendig? Oh, nicht meiner, wenn ich schon hier bin. , wie? That's 나 a senhor. Oh, nicht ehkä nicht. Aber rein. Ich bin aber nicht.